Ich bin sicher, dass diese Chornacht, wie die vorherigen, auch sehr, sehr schnell vorübergehen wird, also sehr kurzweilig sein wird. Allein in der ersten Stunde präsentieren sich unterschiedliche Ensembles mit ganz unterschiedlicher Musik, von Palestrina bis Schnittke ist da schon eine große Bandbreite. Der Klang der Ensembles ist unterschiedlich, in kleinerer, in größerer Setzung, mal mit Instrumenten, mal ohne Instrumente. Die Orgel spielt eine wichtige Rolle, indem Improvisationen von einem Chor zum anderen hinüberführen. Wir werden drei Konzertteile haben. Im ersten und im dritten Teil stellen sich einzelne Chöre vor, die mit ihren besten Werken ihr Profil zeigen, ihren Klang, ihre Musikalität. Im zweiten Konzertteil haben wir es anders gemacht. Da fügen sich zu zwei längeren Werken mehrere Chöre jeweils zusammen. Den Beginn macht eine besondere Vertonung von Louis Vierne, eine große Messe für einen großen Kathedralraum gedacht, mit gleich zwei Orgeln, die hier an unserer Philharmonieorgel, auf einer Orgel dann dargestellt werden. Vier Chöre tun sich zusammen, um dieses Hauptwerk der französischen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts von Louis Vierne darzustellen, das eine sehr klangprächtige Farbgebung hat, sehr dramatisch komponiert ist, aber auch sehr mystische, sehr geheimnisvolle Momente hat und damit sowohl den Chorklang als auch den begleitenden Orgelklang in großer Vielfalt darstellt. Und das zweite Werk, eine ganz andere musikalische Sprache von John Rutter, das mit Bläsern und mit Schlagzeug und mit Orgel begleitet ist, da tun sich auch mehrere Chöre zusammen, um einen ja schon fast Klassiker des 20. Jahrhunderts aufzuführen. John Rutter hat eine Musiksprache, die sehr eingängig ist und trotzdem mit hoher Qualität sehr volksnah versteht, die Texte, die vertont sind, sehr hochkarätig umzusetzen. Diese Chornacht, die wir jetzt am 1. Juni vor uns haben, ist nicht die erste. Es gibt eine kleine Tradition dieser Chornächte, die jetzt ein paar Jahre pausiert haben. Wir haben zunächst mal die bewährten Partner wieder eingeladen, mit dabei zu sein. Und die waren eben in der Geschichte der Chornächte hier in der Philharmonie vor allem die Chöre, die auch im Konzertleben in Essen präsent sind. Also die aus eigener Kraft heraus künstlerische Veranstaltungen planen und durchführen. Das sind die großen sakralen Ensembles auf evangelischer wie auf katholischer Seite vom Dom die Ensembles oder der großen evangelischen Kirchen. Es sind aber auch freie Kammerchöre dabei, die sich eigentlich in beiden Richtungen, in beiden Lagern bewegen, sowohl bei der sakralen Musik als auch bei weltlicher Musik. Ja, da war die Kirche von der Wiege an großer Kulturträger Nummer 1, bis die Höfe dann dazu kamen, der Minnegesang an den Höfen. Und dann hat es sich im 19. Jahrhundert im Bürgertum gespalten. Die Kirche und Hof machten nach wie vor Musik, aber das Bürgertum kam eben hinzu, baute Konzertsäle wie hier die Philharmonie, den alten Saalbau in Essen. Und so gibt es jetzt in jeder kulturellen, gesellschaftlichen Schicht das Bedürfnis, sich über Gesang, über die menschliche Stimme auszudrücken. Und entsprechend sind die Kompositionen sehr vielseitig, die wir haben. Von der klassischen Kirchenmusik, die sakrale Texte vertont, bis hin zur weltlichen Musik, wo ganz allgemeine menschliche Themen, natürlich sehr gerne auch weinweit Gesang, die freudigen Themen drankommen, bis hin zu neuer Chormusik, die ganz spezielle Dinge, also hochkarätige Dichtung zum Beispiel, Poesie vertont. Die Bandbreite, sich über Chormusik heutzutage auszudrücken, ist sehr, sehr groß. Das Singen als solches, Jehudi Menuhin hat es mal die Muttersprache der Menschheit genannt, die Musik, den Gesang, sich über Gesang auszudrücken, ist die einfachste Art, Musik zu machen, denn ich brauche dazu kein Instrument. Ich kann es mit meiner menschlichen Stimme allein. Aber da wir natürlich keine Ausbildung von Haus aus haben, sind wir auf das urtümliche, alltägliche Singen angewiesen. Und das geht ihnen in Gemeinschaft besonders gut. Man stärkt sich gegenseitig und das Klangergebnis ist natürlich schöner, wenn ich mit 20, 30 Gleichgesinnten zusammensinge.